Wir bleiben da, sie schlafen uns wie die anderen. Walder Frey sagt Zeit, Don't go to my mind! Guard this with your life. Return it to Ironrath, where it belongs. There's no time to waste. Und dann nehmen wir das. Ich werde tun, was mir befehlt. Er wird sich daran einanschenen. Ich bin schon gespannt, wie viele Fehlentscheidungen ich mache, und das ich jetzt schon gemacht habe. Ich schwöre es. Ich schwöre es. Ich schwöre, dass ich will, mein Herr. Hey! Es sind die Forrester. Oh, und Ihr Herr, Sie müssen das für Ihr Haus machen. Geh! Kill die fucking Forrester! Ich schwöre es. Ich schwöre es. Ich schwöre es. Er wird sich aber jetzt nicht mehr daran erinnern. Ja, ich habe immer noch sehr schöne Null-Zuschauer, aber das ist mir grundsätzlich egal. Ich spiele für mich. Okay, wie geht es da jetzt weiter? Boah, ich habe schwitzige Hände heute. Das ist ja Wahnsinn. Es ist ja so warm. Aber ziemlich ungut, wenn man den Controller hält. Aber egal. Das war sozusagen ein Tutorial. Nehmen wir mal an. Keine Ahnung. Schauen wir mal, wie es weiter geht. Game of Thrones, sehr schön, Folge 1, Eisen aus Eis, jo, ich habe auch von der Serie keine Ahnung, ich habe den nie gesehen, Forrester Ländereien, okay, der Königsweg. Was verwende L, um dich zu bewegen und er, um dich umzusehen, jo, Standard, weil das mit dem Umsehen schaut gerade nicht, ach so, das ist nur mit dem Teil da, okay, da ist was, Blut, ansehen, Blut, okay, irgendwas, was ich da dann übersehen habe oder so, da wieder, das totes Schwein. Gut, gucken wir weiter. Ich übersierge sicher wieder die Hälfte, ein Wagen, schauen wir uns an. Das ist der Vater. Das ist der Vater. Das ist der Vater. Okay, da stehen ein paar. Die bringen die Seite um. Trauen wir uns das zu, weh. Da hat uns ja nichts anderes übrig, ne? Zieh dein Schwert, bzw. unser Schwert. Sicher wieder voll die Fehlentscheidung. Das ist das so. Du kannst versuchen, wenn du möchtest. Und dann werden wir uns zu den Pägen. Geh. Auf. Möi. Land. Das ist Bolton Land. Herr Bolton ist der neuen Wagen des Norden. Ich denke, er mag ein richtiges Wagen wie so. Was war das ist? Das so? Nein. Ich werde das Schwert haben. Na ja, da trainiere ich mal ein bisschen. Komm und hole es dir, genau. Ich gebe dir sicher nicht her. Bastard auch vollkommen richtig. Da werden jetzt ein bisschen Quicktime Events trainiert. Dann lerne ich dich vielleicht auch mal ein. Ihr tötet mich überhaupt nicht. Genau, her mit der Mist Gabi und geht schon. Her mit der Hacker. Die Hacker nehmen wir. Nein. Jetzt haben sie mich doch getötet. Ah, ich sag doch. Das ist nichts für mich. Aber egal. Gleich nochmal. Was wir jetzt machen können, können wir eine Mist Gabi nehmen. Wobei wir natürlich das andere auch noch nicht gesehen haben. Somit ist es ja viel wurscht. Nehmen wir wieder den Hacker. Nach unten. Und. Bam. So schnell geht's. Jo, nächster. Jetzt holen wir aber die Mist Gabi. Und um. Und wieder um. Nein, das ist doch... Einmal geht's nicht gescheit hin und dann geht's hin und geht aber gleich rüber. Das ist voll nervig. Warum tust du das? Jetzt hab ich aber glaube ich nicht nach oben da. Aber es hat trotzdem irgendwie funktioniert. Boah. Nein. Nein, bitte! Lord Whitehill will see you hang for this. That much I promise. Es war fix ein Fehler den zu töten, aber egal. Wenn ich ihn leben lassen hätte, dann hätte er mich wahrscheinlich irgendwie... ...irgendwann hinten rumgehillt. Gerrit. Gerrit. You survived. Your sister. She hid. I tried to stop them. I'll kill the men who did this. Ja, Rache. Rach ist schön, oder? Ja. Wirkt bis jetzt ganz cool. Eisenrad Festung des Hauses Forrester. Ich entschuldige mich, wenn man das Mikro vielleicht hin und wieder ein bisschen rauschen hört oder so. Aber ich bewege mich ziemlich oft oder zu viel. Und das Mikro hängt an meinem T-Shirt. Ich war zu lange. Sie waren bereits tot. Bring den Meister. Wir treffen uns in der Großhalle. Richtig. Und noch zur Info, ich werde mir vielleicht eine Playstation Kamera auch zulegen. Damit man mich auch sieht. Die Livecam. Aber mal schauen. Das hat noch Zeit. Und für was? Meine Freundin, sie... Sie war nur acht Jahre alt. Das hätte niemals passieren können mit den Starks in Power. Es ist unimaginable. Unacceptable. Du hast meine Schulden. Dankeschön, Meister. Hm. Die Blade cut deep. Aber ich sollte mich zu retten. Das wäre nett. Das wäre nett. Ich würde es ja nicht tun, genau. Oh je. Schaut nicht so gut aus. Ah, leck mich doch. Das tut fix sehr weh. Unter Maden eine. Sehr geil. Hm. Unser Haus wird niemals fallen. So schaut das aus. Nein. Unser Haus wird niemals fallen. Oh Gott. Ich hoffe, dass du richtig bist. Der Zukunft dieser Haus ist in Herrn Ethan's Hand. Obwohl er jung ist. Und alle zusammen nicht vorbereitet zu führen. Okay. Das wird ein bisschen schmerzen. Hold das für mich, bitte? Ich verstehe von deinem Onkel, dass Lord Forrest hat ihr Leben geschaffen. Er hat das. Es ist ziemlich wunderschön, dass er dich schloss, zu retten. Es ist ein Schwierer und nicht sein Sohn Roderick. Nicht, dass Roderick sich sich nicht verhalten konnte. Das ist gut, wie jeder Mann hat gesehen. Mir wird eine Botschaft einfach drauf. Hm. Für meinen Onkel, oder? Ja. Geh auf. Nicht zuhören. Es ist besser, dass das Blut circulieren lassen. Achso, okay. Ich soll ein bisschen um und umgehen. Jo, also wie gesagt, ich werde mir wahrscheinlich auch eine Kamera zulegen. Damit man mich ein bisschen im Livestream dann auch sieht. Man gibt nichts Großartiges zu sehen. Liege sowieso nur faul auf der Couch um und um. Und die Sache hat sich dann auch schon erledigt. Ja, wenn man da sieht, gibt es einiges zum angucken. Das werden wir dann natürlich auch tun. Jo, ganz so oft komme ich sowieso nicht zum Streamen. Da mir das einfach meine Arbeitszeiten nicht erlauben. Aber gut. Immer dann, wenn es mir Spaß macht. Und wenn ich auch für mich alleine streame. Mir egal. Auch das mit YouTube und so. Ich mache das gerne und somit kein Problem. Und jetzt schauen wir uns einmal den Stuhl des Lords an. Einfach auf Ansehen drücken. Dann geht er eh schon hin. Und dann schauen wir mal, was passiert. Okay, das war jetzt nichts sehr Großartiges. Dann gucken wir uns das Fenster an. Ob das jetzt so großartig wird, ist die andere Frage. Ja, es ist alles nicht sehr spannend. Dann schauen wir uns das Schild an. Jetzt wissen wir auch. Jetzt wissen wir auch das, dass das das stärkste Holz ist. Den Wandteppich. Ich muss die Miere ansehen. Sie sind in King's Landing, ich glaube. Aber ich weiß nicht, ob sie sie zurückbringen können. Ich möchte nicht mehr viel, ich bin es nicht dran, aber ich weiß nicht, nein. Danke jetzt so. Und dann gehen sie von mir zum Dörren. Und dann gehen sie von Dörren. Ja, aber ich habe auch noch ein Gefühl, das tun einfach nicht zu machen. Aber ich bin jetzt auch noch nicht mehr. Vielen Dank.